Zum Tag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg lässt Wladimir Putin heute sein Militär in Moskau aufmarschieren. Vor dem Hintergrund seines Angriffskrieges gegen die Ukraine will Putin militärische Stärke demonstrieren. Rund 9000 Soldaten, Dutzende Militärfahrzeuge und Kampfflugzeuge werden gezeigt. Erwartet wird, dass Kreml-Chef Putin in seiner Rede erneut den von ihm angeordneten Einmarsch ins Nachbarland rechtfertigen wird. Damit schauen wir zu Christoph Warner, zugeschaltet aus Moskau. Guten Morgen Christoph, was kann man denn heute von dieser Parade erwarten? Das Ganze ist natürlich eine Machtdemonstration wie jedes Jahr. Das sind Muskelspiele, die der Kreml hier vorführt. Wir werden ungefähr 70 Einheiten Kriegstechnik sehen, darunter auch Panzer wie der T-90 oder auch der T-14 Armata. Wir werden Interkontinentalraketen sehen, mobile vom Typ Jars. Dann 9000 Soldaten werden hier über den Roten Platz im Zentrum von Moskau marschieren. Und ich habe auch den Eindruck, dass die russische Regierung hier die Wolken geimpft hat. Das heißt, sie zum Abregnen gebracht hat. Das tut man in der Regel durch Substanzen, Salz, Substanzen oder auch Zement. Und jetzt haben wir hier einigermaßen gutes Wetter. Also vielleicht gibt es sogar auch noch eine Flugshow. Jetzt ist der Winter wieder eingebrochen hier in Moskau. Also da haben jetzt, wie ich denke, die Machthaber hier Hand angelegt, damit dieser Feiertag für die Menschen eben auch ein wirklicher Feiertag ist und nicht einfach nur im Schnee untergeht. Und jetzt haben wir hier個 stattfinden, diese affaire, die Menschen zu fleiß Halt und über die Nutzung haben wir dann fluorUL suas Und 어머니, glaube ich, dass die meisten Kirchen oder die Universität sehen, wo wir sie eigentlich mehr in dem compounden. Untertitelung des ZDF, 2020